Diese hier angebotene Einzimmerwohnung ist ab Oktober 2013 zur Zwischenmiete frei. Die Wohnung befindet sich in Büsseldorf. Das Objekt wird über eine Etagenheizung beheizt. Bei einer Wohnfläche von ca. 25 Quadratmetern beläuft sich die Pauschalmiete dieser Wohnung auf 500 Euro pro Monat. Kontaktieren Sie uns. Für die Vereinbarung eines Besichtigungstermins stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.